Servus, mein Name ist Pfarrer Volker Seehi. Ich bin hier Priester und Direktor des Wallfahrtsorts Maria Rosenberg im Herzen der Pfalz. Schon seit vielen hundert Jahren kommen Menschen hierher, sehr gerne auch Familien, mit ihren Freuden, mit ihrem Dank, aber auch mit ihren Sorgen. Und sie zünden hier eine Kerze an, seit einigen Jahren auch hier, wo wir stehen, am Platz des Gebets für Familien. Da ist ein großes Relief zu sehen mit der Heiligen Familie, Maria und Josef, die ihren Sohn Jesus, der zwölf Jahre alt ist, loslassen, freigeben müssen. Und das ist für Eltern immer ein schmerzlicher Prozess, Kinder freizugeben, loszulassen. Und besonders wehtut es, wenn Eltern ein Kind schon loslassen müssen vor der Geburt, wenn es nicht das Licht der Welt erblicken darf. Ich finde es sehr schön, dass nicht nur Familien, die aus der Umgebung, deutsche Familien mittlerweile auf dem Rosenberg Trost finden und Ermutigung, sondern auch immer mehr amerikanische Familien. Zum Beispiel die Familie Beery, Aaron, Christopher, Gabriel und William. Schön, dass ihr da seid. Welcome here. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. What a blessing it is to join with Maria Rosenberg in the Diocese of Spire in honoring the innocent and recognizing the human dignity of those children lost through abortion, stillbirth, and miscarriage. The loss of a child in pregnancy or birth is a very difficult time for families. Often the child is left at the hospital or disposed of without knowing that the precious life that died, regardless of gestational age, should be placed reverently in a cemetery. After having personally experienced several miscarriages, it is our mission to help change this narrative for families who have experienced the death of an unborn child. We seek to encourage every Catholic diocese to live out the corporal work of mercy of burying the dead through the creation of a proper burial space and a memorial to the unborn children. This service should be provided to, regardless of faith background, so be it a Catholic family or Protestant family or somebody from a different faith tradition or no faith at all. In creating this memorial and burial space, Maria Rosenberg and the Diocese of Spire are offering our diverse community an opportunity to mourn the loss of life. We hope you will join us in this ministry to offer hope and healing for those who grieve the loss of their unborn children. Es ist für mich als Direktor von Rosenberg eine große Ehre und eine große Freude, an diesem Projekt teilzuhaben und auf unserem Friedhof wird genau so ein Ort entstehen, ein Gedenkort für ungeborene Kinder, Sternenkinder, so werden sie genannt hier in Deutschland. Und wir möchten Sie um Ihre Unterstützung bitten für dieses Projekt, das in den nächsten Monaten entstehen wird. Unterstützung durch Gebet, Unterstützung auch durch eine finanzielle Beteiligung, wenn Sie möchten, durch eine Spende. Danke für Ihre Unterstützung und Gottes Segen für Sie und Gottes Kraft und Segen für alle Eltern, die den Verlust eines Kindes erfahren haben. Mögen Sie Trost finden und einen Ort zu trauern und einen Ort, um Hoffnung zu schöpfen auf den Gotteslebens. Danke. Vielen Dank. Danke.